Die, 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 die... Oh, das war alles? Okay. Hat der jetzt mit mehr gerechnet? Naja. Monete ist okay. Nicht das, was ich unbedingt haben will, aber es ist okay. Das Problem ist halt, dass der... Oh no. Vielleicht ein bisschen früh gezogen immer, aber es ist okay. Okay, da ist sowas aufgegangen, glaube ich. Ähm, Muse. Äh, Scherz, so, Muse auf jeden Fall, definitiv. Sinnvollste Variante. Hey, Hon. Hey, Hon. Ich glaube, ich wollte euch erzählen mehr von Orpheus, weil er ein Musiker in meinem Vater ist. Er nennt sich seine Muse. Er sagt, er hat mich sehr gefühlt. Ich... Orpheus hat gesagt, was das? Ich sage dir was, die nächsten Mal, wenn du ihn anspringst, fragst du ihn über die Zeit, dass er all diesen Weg kam, um mich zu retten zu retten, selbst wenn ich bereits dead bin. Can you guess how that turned out? Um, yes, I do believe I can. Look, I didn't mean to upset you. Ja, well, neither did he. But you know what? Action's beating tension, son. Now here. How about a treat, and you can be on your way. Hm. Okay, um... Das heißt, abgegradet wurde das. Das heißt, mein Schaden macht noch mehr Schaden, und das wurde, glaube ich, abgegradet, ne? Die habe ich, glaube ich, schon noch. Ja, das hatte ich schon auf Dingenswoch. Oh, Hermes. Ich bin Hermes, der gute Bode. Ich bin Hermes, der gute Bode. Alter. Das war grad nervig. Äh... 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 Meine Angriffe sind schneller. Das ist gut. Das ist richtig gut. Ich ignorier die Katze gerade einfach weiter, weil sie mir gerade schon wieder hart auf den Keks geht. Irgendwann, mein Hase, bekommst du das anders wieder, und du bekommst so einen Rush-Shard, einer auf den Dagel. Shop 234. Ja, komm, egal. Steady now. Ich bekomme halt gerade nur Müll. Ich hätte gerne irgendwie Gift oder sowas. Irgendein Status-Effekt. Hier bekomme ich jetzt Aphrodite? Äh... Nee, komm. Ich bin jetzt live-upgrade. Mist. Hm. Poseidon als nächstes, okay? Okay. Okay. wir nicht sagen da kriege ich den ich nur den einweg ich habe einen weg na gut dann nehmen wir Das Hone ist doch mal mit, ne? Der Hone ist... Da habe ich... Ich habe dich gehört, aber ich sehe dich nicht mehr. Zack, zack, zack. Wow! 45 Gesundheit... Ich mag den Shop nicht, sicherlich. 200 noch, was habe ich nur... Ich gehe lieber für das Live-Upgrade. Sinniger meines Erachtens nach, und es ist das Letzte. Danach kommt die wieder rein. Daher alles gut. Alles richtig gemacht. Oh, 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 oh. Na, welche drei haben wir? Oh, die normale. Das ist das, was ich nicht? Ich bin doch nicht. Ich bin doch mal ein bisschen. Das ist das, was ich nicht, die andere. Ich bin doch nicht. Du Arsch Na ja, genau Komm noch näher ran mit deinem Schädel hier Komm noch näher ran mit deinem Schädel hier Komm noch näher ran mit deinem Schädel hier Ich kann hier fischen Wo kann ich hier fischen Das war doch das Geräusch dafür, dass ich Ah, dass ich irgendwo fischen kann Oh, Stachelschalltier Sehr gut Oh, das war was Neues, hä? Dank seiner Gebrauchung hat er einen Hitze aber ständig Aus und schade kann der Stachel In dir im Flammenfluss Okay Okay Oh, interessant Immer mal wieder ein paar neue Fischis, ne? Kann ja nicht schaden Äh, nö Aber mit dem Bogen habe ich das auch noch nicht gemacht Okay Aber ich glaube, ich werde das auch nicht machen mit dem Bogen Das könnte schwierig werden Leider die Befürchtung Äh Hammer Ja komm, jetzt hammer time Dü, 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 dü Direkt vor mir echt jetzt Das war's Re-Armiert Er hat sich völlig verabschiedet. Alter, der angefeuert hat zwei Schüsse nebeneinander. Okay, da hätte ich jetzt gedacht, ich würde mal schauen, meine Reichweite wird reduziert. Das war keine gute Idee, glaube ich, leider. Aber mal gucken. Äh, Upgrade oder Athene. Ich würde tatsächlich hier das Upgrade mitnehmen. Warum möchte ich das eigentlich? Kann ja eh nix drin sein. Ah, aber da hinten ist noch ein Monitas. Ähm, guck ich mal, dass ich noch mehr Schaden auf meine Hits bekomme oder sowas. Ach du Scheiße. Ja. 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 Aua. Noch ein Upgrade. Dann nehmen wir da mit. Warum sollten wir die nicht? Ach du Scheiße. Thanatos. Aua. I can't stay long, so how about we get this business over with? All of you, prepare to die again. Excluding me I hope. So it's like that. Oh. Ach du. You're next. Dirty move. Zack, nochmal Schaden nach dem Auto-Hit. Das ist ja instant, die Spawn, der Junge, okay. Shop oder... Ja, komm, wir gehen in den Shop. Vielleicht hab ich ja Glück und ich krieg da auch noch ein Live-Upgrade mit. Definitiv ein normales Upgrade, das nehme ich mit. Schaden und... Ich wusste, dass dieser schwelle Boatman durchgekommen würde und du findest, woher dieses Gift ist. Ja, ich hab jetzt 200 Leben, das ist okay erstmal. Ich geh jetzt in den Fehler anscheinend. Ich hab's gehört, ja. Almost there. Got it. Äh, zack. Weiter mehr Schaden auf dem normalen Auto-Hit. Hätte ich gerne. Scheiße, Athene. Ich nehm lieber den Ding ins Typen. Wow. Wow. Seh ich auch so, Schatz. Ja, genau so. Du wieder. Ich hab's gesagt, dass du mir klarer bleibst. Dein Vater ist hier ziemlich der große Schade, aber das bedeutet nichts für mich, verstehst du? Geh und erzähl ihm, dass er mich in den Tartaren in den Tartaren ausmacht kann, für alles, was ich weinere. Es wäre ein herzlicher Veränderung von hier, von der hier in die Pastur gelegt wird. Okay. Grund passiert hier, ich weiß es nicht. Du hast du dir Customer? 4 AIÖ 5 AIÖ 6 AIÖ 5 acquired Cut it. Meine Spezialität ist schneller, ich bewege mich nicht schneller, ich habe noch das Movement Speed genutzt, habe ich eigentlich, wait, ich glaube, dass ich, oh Hermes, muss ich auch noch ein Dings geben, sollte ich auch noch ein Dings geben, oh, nee, komm, ich nehme das Geld mit, jetzt keinen Bock auf Zweier. Not quite. Noch mehr. Ah, falsche Richtung. Oh, alter. Irgendwas ist ja auch gegangen. Ich weiß noch nicht was. Shop, das ist doch gut. Ah, hier. Oh. Ich nehme nur diesen. Die 66 Leben nehme ich doch gerne mit. So, Shop oder Life Upgrade. Shop oder Life Upgrade. Wir nehmen den Shop. 244, das heißt, hm. Aber danach kommen wahrscheinlich dann die Gegner, I guess. Das ist nochmal Monitas. Das war ja. Oh, ich weiß noch. Okay, Mist, ich weiß nicht. Na da. Oh Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Missed Oh wow Your next king Hold you monster Try all you like Lady Aphrodite, I invoke your aid Nein Ach man Jetzt hab ich dem Dings gekillt, aber ihn nicht töten können, weil das... Ich hasse diese Scheiße Gott, das ist kein guter laut Maltheasius Dammit Gut, aber bis zum nächsten Mal bei Hades, bis dahin reingehauen Ich muss mal ganz kurz ein bisschen kotzen, bis sie mich übergeben und einfach mal sagen, einfach das ist scheiße Das ist kacke, nein Oh man, das ärgert mich, das hätten wir gewinnen können Ich bin aber zu blöd Naja, bis dahin reingehauen, ciao ciao